Wir müssen das Evangelium predigen, Gottes Propheten rieten Paulus, seinen evangelistischen Feldzug nicht auszudehnen auf Jerusalem, Gottes Propheten rieten Paulus, seinen evangelistischen Feldzug nicht auszudehnen auf Jerusalem. Sie warnten davor, dass er verfolgt werden und bei dem Abenteuer sterben könnte. Paul bestand jedoch trotz der Warnung vor der drohenden Gefahr auf seiner Mission. Paulus antwortete seinen Beratern, was meinen sie mit weinen und mein Herz brechen? Denn ich bin bereit, nicht nur gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich also nicht überreden ließ, hörten wir, Mitbrüder, auf und sagten, der Wille des Herrn geschehe, APG 21, 13-14. Lektion Gott sucht engagierte Prediger, die der Verbreitung des Evangeliums Vorrang vor jedem Einflussfaktor einräumen. Diener Gottes mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten sollten den Mut aufbringen, aus ihren Komfortzonen herauszutreten und das Evangelium angemessen zu predigen. Gott hat so viel Gnade in das Leben von Männern und Frauen investiert, die zum Mainstream aufbrechen können, um endzeitliche Evangelisationsevangelisationen zu starten. Wir haben den Auftrag, unsere verfügbaren Ressourcen einzusetzen, um den Namen Jesu Christe zu erheben. Wir müssen sowohl primitive als auch hochentwickelte Mittel einsetzen, um das Evangelium zu evangelisieren. Wir müssen dafür sorgen, dass jemand in Afrika das Evangelium hört. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass eine Person, die sich derzeit in Asien befindet, wiedergeboren wird. Menschen in Südamerika, Nordamerika, Europa und Australien müssen ihr Leben Jesus Christus übergeben. Wir Diener Gottes dürfen nicht schweigen, wir müssen alle Menschen dazu bewegen, Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser anzunehmen, damit sie in das Reich Gottes eintreten können. Das Gebet, Gott, ich möchte ein furchtloser Christ sein, der mit allen Mitteln das Evangelium predigt. Ich bin entschlossen und bereit, das Evangelium zu verkündigen, ich werde dies so oft tun, wie ich deine Gnade habe. Ich möchte meine Talente und Ressourcen einsetzen, um andere zu Jesus Christus zu führen, ohne mich zu beklagen. Helfen Sie mir, meine vorhandenen Fähigkeiten um Ihretwillen einzusetzen, und geben Sie mir die neuen. Befähigen Sie mich, meine Fähigkeiten in den Bereichen Theaterdarstellung, Musik, Kommunikation, Technologie und andere einzusetzen, um Menschen für ihr Reich zu beeinflussen. Lass mich am Ende des Ganzen in den Himmel eintreten und dein Wort hören. Schweiße meinen guten Diener. Denn im Namen Jesu Christi, meines Herrn, stelle ich meine Bitten. Im Namen Jesu Christi, meines Herrn, erfülle ich meine Bitten.